hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf dem kanal und dass ihr dient als info video und zwar möchte ich euch bitten gleich oben rechts abzustimmen welches intro ich benutzen soll und zwar habe ich das gleiche intro wie immer nur mit zwei unterschiedlichen songs und ihr sollt halt dann abstimmen welches der beiden intros ich nehmen soll und das erste ist das normale was ich sonst auch nehme und das zweite ist mit einem dubstep und nicht vergessen ein like dazu lassen und abzustimmen und wir sehen uns dann beim nächsten video und ich verabschiede mich hiermit wir sehen uns dann beim nächsten Mal